Wie sieht diese Wolke für dich aus? Wie... Ein Bär? Nein, nein, ein Schaf! Vicky, jetzt muss ich dich wiederholen. Gut, dass ich dein Freund bin. Wen haben wir denn da? Du bist ein Mitläufer und du ein hitzköpfiges Großmaul. Schließ die Tür, Victor. Jetzt bin ich ein richtiger Mann. Du musst ja ganz schön Angst vor einem kleinen Mädchen haben, wenn du so große Töne spuckst. Bitte lass das Siegfried, sie hat es nicht so gemeint. Sie ist noch übrig. Glaubst du, ihr geht einfach so zur Tür hinaus und puff? Alles wird gut? Ich hab satt! Du bist nicht mein Freund! Nein, bitte nicht Victor!